So, ja moin Leute, herzlich willkommen zu meinem Let's Play 10 Lifehacks, die du nicht kanntest in Minecraft Mein Name ist Tordi Schön, dass ihr irgendwie den Weg zu diesem Video gefunden habt Und damit meine Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video Heute gibt es 10 Lifehacks, die du noch nicht kanntest in Minigruft Und für die Leute, die sich jetzt fragen, wann kommt der neue Teil vom Soundpack Das kann noch ein bisschen dauern, weil ich gerade echt ein bisschen Schulstress habe Außerdem werde ich regelmäßig in meinen Streams gezwungen Ob ich mal Palle frage, dass ich mit ihm das Soundpack in Minecraft teste Ich an meiner Stelle finde es super cool Aber ich kann es auf der anderen Seite echt von Palle auch verstehen Falls er da Nein sagt, weil er ist vielleicht ein bisschen größer als ich Und außerdem, da möchte ich wirklich Palle keinen Stress machen Also, falls du da Nein sagst, Palle, damit komme ich klar Und deswegen gehen wir ab ins Intro Intro Schnackeln wir nicht lang rum Eine ganz lustige Sache, die Nummer 1 Und zwar ist das echt auch gut zu wissen, finde ich Ein guter Lifehack Nehmen wir direkt hier diese beiden Spitzhacken Nehmen wir mal einfach an, ihr seid im Nether Und ihr wollt gerade ein bisschen Gold meinen Beziehungsweise Gold Nuggets hier Und diese Gold Nuggets hier Geben jetzt hier zwei Gold Nuggets Das ist ziemlich wenig sogar Also manchmal kriegt man da auch drei oder sowas, keine Ahnung Wenn ihr das aber einfach mit einer Silk Touch Spitzhacke abbaut Dann kommt Nether Gold Ohr raus Und das packt ihr dann einfach ganz gediegen in den Ofen Und dann seht ihr schon, was hier rauskommt Und zwar Einfach einen Gold Ingot Sag mal Das ist doch einfach nur krass Ich weiß nicht, also bestimmt war das extra von Minecraft Aber warum macht das nicht jeder so? Ich finde das lohnt sich viel, viel mehr Als das jetzt hier mit einer normalen Spitzhacke abzubauen Weil so kriegt man ja gefühlt das, keine Ahnung, fünffache, vierfache Also das fand ich schon echt eine nice Sache Direkt zum Anfang an Gehen wir direkt mit der Nummer zwei weiter Und die Nummer zwei finde ich ist auch eine echt lustige Sache Und so habe ich hier versucht ein kleines Hobbit Haus nachzubauen Sieht man vielleicht ein bisschen Ist mehr oder weniger nicht so doll gelungen Eine ganz normale Kiste, ein Bett, ne So ein kleines Haus, ne Aber wenn man jetzt hier diese Schalker Box Sieht man auch hier oben Wenn man sich da einfach mal drauf stellt Und in einem zweihochen Haus oder hohen, was auch immer, Zimmer Sich da drauf stellt und dann die öffnet Dann fliegt man einfach durch So kann man echt super Geheimgänge bauen Ihr seht hier oben ist diese Box Das ist prima für Geheimgänge Kann man echt, also Kann man sich echt abschauen, finde ich So Geheimgänge zu bauen Und dann kann man hier einfach heimlich Musik machen Boah, das hat sich schon gut angehört Ich fand auf jeden Fall die Nummer 1 und die 2 auf jeden Fall nicht schlecht Also die waren schon krass Ich habe das Gefühl, viele Sachen haben ihn umgehauen Aber die Nummer 3 liefert wirklich ab Und zwar seid ihr bestimmt schon öfters an einem Lavasee vorbeigekommen Was ist da drunter? Diamandos? Ja, keine Ahnung Man weiß es einfach nicht, ne Manche bauen dann ganz viel Glas dahin Und versuchen das am Boden rauszukriegen Naja, in der Overworld bringt es jetzt eh nicht so viel Nehmen wir mal an, ihr springt da jetzt einfach mal rein Ihr springt da einfach nicht rein, tut es nicht, ihr sterbt dadurch Nehmen wir mal an, ihr seid dann einfach hier in der Höhle Und wenn ihr da ein Lavasee findet Dann kann es natürlich schon sein, dass hier, ne Dass da auch ein paar Diamandos dabei sind Beziehungsweise da drunter sind Und dann könnt ihr einfach F3 anstellen Und, ja, ihr seht rechts unter Target Block Minecraft Diamond Ore Das heißt, ihr seht einfach durch diesen Lavasee Seht ihr die Blöcke Das klappt eigentlich auch mit diesem Eisen jetzt da hinten Wenn man nah genug dran ist Man muss da immer, glaube ich, 10 oder 20 Blöcke Abstand haben Aber hier sieht man schon, Iron Ore sieht man hier Normalstein, da Kohle Alles mögliche Es geht auch durchs Wasser, hier kann man auch Kohle sehen Finde ich, ist ne ganz coole Sache zu wissen Ja, dadurch ist irgendwie, sind diese anderen Lifehacks mit diesem Glas und so weiter Da kann ich jetzt mal durch, danke Echt unnütz geworden Nein, doch Nichtsdestotrotz gehen wir direkt weiter zu 4 und da lang Perfekt Und wir müssen anscheinend ins Neta Ja, definitiv gestellte Lostness Was heißt anscheinend? Ich hab das alles gebaut Wie ihr schon seht, hab ich mir hier so ne kleine Sache vorbereitet Und zwar geht's heute ums Netherholz Und wenn ihr euch hier so nen Raw Beef habt Keine Ahnung, ihr braucht was zu futtern Und ihr habt nicht genug Die Chips sind auch alle Dann, ja, müsst ihr euch aufs Fleisch verlassen Und ihr versucht es zu braten Jetzt wissen das vielleicht manche noch nicht Aber die brennen nicht Weil, ist ja Netherholz Netherholz brennt nicht Weil es im Nether ist, keine Ahnung Auf jeden Fall könnt ihr das da nicht reinpacken Jetzt habt ihr natürlich ein Problem Ihr habt keinen Brennstoff mehr Und diese Warped-Dinger hier, die passen da auch nicht rein, ne? Was macht ihr? Ihr nehmt dieses Warped Wie heißt das eigentlich? Hypeias? Was? Ihr nehmt es und macht daraus Sticks Und diese Sticks könnt ihr in den Ofen tun Die brennen zwar nicht wirklich lange Also, es lohnt sich jetzt nicht unbedingt super krass Aber ihr könnt es trotzdem brennen Kriegt euer wohlverdientes Essen zur Hand Bei der Nummer 5 müssen wir direkt auch nochmal zurück zum Nether-Portal Im Nether angekommen Seid ihr einfach, ja, wollt ihr wieder zurück Ist nicht ein geiler Ort Fühlt es einfach nicht so doll, ne? So wie so Skelette ist einfach nicht so nice, ne? Und ihr wollt dann wieder zurück Und ihr habt keine Flint and Steel Beziehungsweise was auch immer Blast diese Dinger da, die Gaszimmer schießen Auf jeden Fall, ihr kommt nicht zurück Dann nehmt einfach ein Bett ganz gediegen zur Hand Zack Damit müsst ihr natürlich auch vorsichtig sein Müsst ihr euch so einen kleinen Schutz Weil ihr könnt hier einfach so drauf tippen Und es klappt nicht Keine Ahnung warum Und ihr klickt hier einfach drauf Keine Ahnung warum es nicht geklappt hat gerade Aber das Nether-Portal steht Und das sollte eigentlich immer klappen Und finde ich ist auch eine ganz lustige Sache Falls ihr ein Bett über habt Dann ist es so gut wie ein Feuerzeug Und deswegen direkt wieder zurück in die Overworld Gehen wir direkt weiter zur Nummer 6 Die ist ganz lustig für alle Redstone-Techniker hier unter euch Und zwar habt ihr viele Skelette gefarmt Beziehungsweise Skelette getötet Und die überlassen dann immer diese nervigen Bögen Die ihr eh nicht braucht Ihr habt schon einen Bogen Ihr braucht nicht noch mehr Bögen Vor allem nicht so kaputte Und ihr habt schon einen Bogen mit was weiß ich Punch 10 oder sowas Dann könnt ihr aber Wenn ihr ganz gewieft sein wollt Euch einfach hier Mit ein bisschen Cobblestone und einem Redstone Einen Dispenser machen Und ein Pfeil und Bogen wird es dann zum Dropper Der droppt einfach nur Aber so schießt er dann auch wirklich Pfeile Was auch immer Also hebt einfach eure Bogen auf Falls ihr hier euch einen Dispenser machen wollt Ich hab noch nie einen Dispenser benutzt Bin ich ganz ehrlich Noch nie Noch nie The video must go on And so we starting with number 7 Und diese Nummer 7 Nehmt ihr einfach euer Bone Bone Meal Genau Bone Meal Und falls ihr Blumen habt Und zwar 2 hohe Blumen Ihr braucht welche für euer Haus Keine Ahnung Für euren Vorgarten Was auch immer Dann Ja Könnt ihr einfach mit einem gediegenen Rechtsklick Da drauf klicken Und ihr kriegt einfach mehr von der Blume Also das finde ich Er spart einem super viel Zeit Also ich war immer der Dann wenn er Blumen gebraucht hat Dann bin ich immer in den Wald gerannt Und hab die gesucht Und so könnt ihr einfach Total viele Blumen Euch einfach super Bone Meal ranholen Ist wirklich ein cooler Lifehack Ohne Scheu gehen wir dann Direkt weiter zur Nummer 8 Und für die Nummer 8 Brauche ich einmal 2 Sachen 6,5 Stunden später Auf jeden Fall könnt ihr Wie wahrscheinlich schon Sehr viele von euch wissen Wenn sie Minecraft Veteranen sind Diese roten Pilzblumen Äh Blumenpilzkühe Hier einfach auch melken Und dann kriegt ihr hier Eine schöne Mushroom Stew Oder eine Pilzsoupin Erstens könnt ihr diese Dinger auch scheren Diese Typen hier Dann werden die ganz zu normalen Kühen Und droppen euch hier Pilze Diese roten Pilze Die die auf dem Rücken haben Was ihr aber auch machen könnt Ist einfach mit dem Trident hier Der Channeling hat Also Blitze wirft Die verwandelt sich einfach Zu einer braunen Pilzkuh Keine Ahnung wie die heißen Die geben dir übrigens Genau dasselbe Die könnt ihr auch scheren Dann kriegt ihr die braunen Pilze Und fand ich ganz lustig Wollte ich mit reinnehmen Also im Prinzip passiert echt Mit vielen Mobs Wenn du die mit Blitzen abwirfst Irgendwas Außer mit normalen Kühen Die Nummer 9 Klein aber nice Und zwar Naja eigentlich ist sie gar nicht so klein Ich glaube die kennen viele schon Das war so ein kleiner Trendy Bandy Und wenn ihr hier euch Eine Ender Perle ran holt Ihr baut hier eine ganz einfache Konstruktion Und zwar einmal ein Daylight Detektor Oder Tageslicht Sensor Und eine Falltür Und die baut ihr dann hier einfach so auf Und macht dann per Soul Sand Baut ihr dann hier so ne Diese Bläschen da Wo man hier nicht runter kann Und dann könnt ihr ganz 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 gediegen Euch einen Teleporter bauen Der euch immer nach Hause führt Und zwar werft ihr einfach hier Diese Perle hier rein Und die hüpft dann hier schon Und die bauen es dann hier Solange sie will Auf jeden Fall seid ihr dann hier getravelt Und Ihr geht dann einfach Pst Pst Nicht Day Sondern Midnight Weil Dieser Tageslicht Sensor Ja Der schließt dann Diese Falltür Per Redstone Ist finde ich echt cool Falls ihr irgendwie Im Singleplayer Irgendwas erforschen wollt Nichtsdestotrotz Gehen wir direkt weiter Wie oft habe ich schon nichtsdestotrotz gesagt Keine Ahnung Ist aber trotz Das ist einfach eine coole Überleitung Aber in der Schule hatten wir mal andere Überleitungen benutzt Wie war das nochmal Nun Führen wir fort Mit der Nummer 10 Und zwar Wie ihr wisst Können alle Leute hier Ne In diesen Puderschnee reingehen Und es passiert nichts Außer ihr habt Keine Lederschuhe an Dann ist es ein bisschen blöd Aber im Prinzip könnt ihr hier da reinhocken Mit Lederstiefeln kriegt ihr da keinen Schaden drin Und ja Passiert nicht viel Ihr könnt drauf gehen Und das ist auch das krasse Und zwar könnt ihr euch hier einfach ganz gediegen hoch stacken Jetzt müsst ihr halt nur aufpassen Dass ihr nicht zu doll am Boden An dem Rand seid Weil hier kann man nicht sneaken drauf Und dann könnt ihr euch aber hier Mit zwei Powder Snow Genau Powder Snow war es Könnt ihr euch dann einfach unendlich weit weg stacken Ihr könnt euch nach oben stacken natürlich Und Ihr könnt euch aber auch Natürlich auf die Seite stacken Das ist natürlich dann ein bisschen gefährlicher Weil ihr könnt wie gesagt nicht sneaken Und müsst dann immer schauen wie ihr das macht Finde ich Ist echt ne coole Sache Falls ihr ziemlich weit sneaken wollt Und ja Ich find Powder Snow ist generell echt ne coole Sache Weil damit geht ihr auch damit Wie ihr gerade gesehen habt Oh das könnte auch Copyright Das meine Freunde der Sonne Soll es mit diesem Video gewesen sein Lasst gerne eine positive Bewertung da Und Tonight I just want to take you away Don't hesitate This time Tonight